Moin aus Amsverum. Wir möchten Ihnen gerne heute eine neue Liegenschaft präsentieren. Es handelt sich dabei um eine Doppelhaushälfte, Baujahr rund 1900, in sehr schöner Warftenlage, rund 82 Quadratmeter Wohnfläche. Ja, hier stehen wir schon im Flur. Zur Seite hier rum ist aktuell eine kleine Garderobe begehbar. Hier ist auch die Therme untergebracht, die datiert aus 1999. Am Boden ist schönes Laminat. Hier zur rechten Seite ist aktuell ein kleines Arbeitszimmer untergebracht. Darunter befindet sich der Teilkeller. Der ist mit einer Klappe erreichbar. Die Raumhöhe hier in dem Arbeitszimmer ist unter zwei Meter und daher nicht in die Wohnfläche mit eingerechnet. Ja, hier vor Kopf kommen wir in das sehr schöne und sehr gemütliche Wohnzimmer. Schöne Balkenlage an der Decke und auch sehr schöne alte Holzdielenböden. Gemütlicher Raum. An den Fenstern haben wir auch Rohrläden. So, hier geht es direkt in die Küche. Das ist eine sehr hübsche und hochwertige Einbauküche aus dem Jahr 2017 eingebaut. Am Boden haben wir Laminat. Von hier kann man schon in den schönen Garten gucken. Seit-bei-seit-Kühlschrank bereits im Kaufpreis enthalten. Ja, hier geht es in das Esszimmer. Hier war früher ein Schlafzimmer untergebracht. Ebenfalls wieder die schöne Holzbalkenlage. Am Boden ist pflegeleichtes Laminat. Und auch von hier hat man den Blick in den Garten. Ja, nehme ich sie einmal mit zurück zum Flur. Quasi im Hinterhaus. Hier ist nochmal ein kleiner Teilkeller, der als Lagerfläche nochmal geeignet ist. Hier geht es hoch ins Obergeschoss. Im Obergeschoss ist ein Schlafzimmer und ein Ankleidezimmer ausgebaut. Der Rest des Dachbundes ist nicht ausgebaut. Da könnte man sich noch ein schönes Dachstudio einbauen. Hier befindet sich das Badezimmer. Wir haben eine ebenerdige Dusche. Der Raum verfügt auch über ein Fenster. Weiter geht es gerade aus in den Anbau. Der Anbau ist ein Flachdachanbau. Hier haben wir die Möglichkeit, Hauswirtschaftsraum zu machen. Mit den Anschlüssen. Und es geht in das Nebengebäude. Ein ehemaliger Stall, den man eigentlich auch noch schön ausbauen könnte. Ja, und jetzt geht es zum absoluten Highlight. In den kleinen Garten. Mit hochwertiger Blockhütte. Und unbezahlbar ist natürlich der tolle Ausblick. Unverbaut über Feld und Wiese. Das Objekt ist ideal als Ferienobjekt geeignet. Aber auch für ein Paar als Festwohnsitz. Ja, die Vermarktung des Objekts startet in Kürze. Ja, vereinbaren Sie gerne einen Besichtigungstermin, wenn Sie sich Ihr eigenes Bild machen möchten. Viele Grüße und einen schönen Tag wünscht das Ahoi-Team.